nicht zu schnell sind das gute ist wir sind nur noch zwei stunden von meinem eis entfernt das er sagt maximal drei stunden hast du die werden doch gleich da rauskommen das problem ist oder ballert man gleich drauf weil die fenster sind ja nicht schusssicher leise sein dann hören wir nicht woher weißt du das ich habe kein text also langsam gehen bei mir war ich kein text oder leise weiter zerfleischen die sich gegenseitig oder wo kommt der ganze blut ja das ist jetzt leise wie sie jetzt kommen sie liebt das ding rennen wir weg oder was oder doch da kommt was gekrochen was war das denn eben bei dir das war gut naja so sparen sind nicht leise hätte mich aber auch gewundert ehrlich gesagt das wäre so völlig random dass man jetzt gegner links liegen lassen können und fahrstuhl irgendwie erwarte ich da was böses wenn das so langsam runter kommt guck hinter dir guck hinter dir ja komm nach weh das was drin ein glück lass es verkrümeln hier oder wird oder jetzt nicht mehr da kommt noch mehr abmarsch abmarsch so wie sieht es munitionstechnisch aus ich habe ganz schön was jetzt verloren oder die stelle ich wird bis die homonie bin ich noch voll so ist ja meine handgranate voll in zwei schuss ich könnte doch schon wieder wieso wegen zwei wo auch da unten das ist doch auch schon wieder scheiße dass hier so viel muni ist oha was ist das denn ob wir können dann noch mal zurück gehen wegen munition und bestimmt nicht das heim gemacht gut städten oder irgendwas muss es in der richtung seine ja das ist in the pictures to wait that means joe might be here oh 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 Das ist eine Grenze, ja? Vielleicht für ihr Serum da, was sie da haben. Chill. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt auf dem Fahrstuhl kämpfen. Es gibt so viele. Sie müssen Menschen aus der ganzen Welt experimentieren, um zu experimentieren. Wir haben gestoppt. Warum? So, that's why. Oh. Hast du gedrückt? Nein. Ich hab damit nicht gerechnet. Hast du gedrückt? Ja, selbstverständlich. Und warum wurdest du mitgetötet? Na, mitgehangen, mitgefangen. Ja. Wieso höre ich da schon wieder ein leichtes Grinsen in der Stimme? Nee, kannst du gar nicht hören. So was machen wir. Ich guck jetzt mal wegen Aufbessern. 100 kann ich... Was macht denn die hier für Details? 120. Oh, die macht gleich... Oh fuck. Ups. Die macht mehr Damage dann, wenn ich's aufpimpen kann. 2000. Oh ja. Verkaufen. Verkaufen. So, jetzt macht die schon genauso viel Damage wie meine alte. Jetzt macht sie mehr. Okay. Jetzt muss ich mal Schätze noch verkaufen. Zack. Da verkauf ich nämlich die MP auch. Boah, ich komme gar nicht klar mit der Steuerung hier. So, verkaufen. Dann... Ich krieg zumindest fast 11.000 für die MP wieder. Oder du und so schon. Jetzt macht die schon 160 Scharen, ey. 170. Oh, ich komme noch weiter, aber ich habe keine Kohle mehr. So... Ready. Ich bin aber gespannt, wie wir den jetzt hier... Die Frage ist, ob das jetzt... Oh, sehr gut. Ob das, ähm... Oh, wenn ich das hier wusste, ne? War das nicht? Wär jetzt was weggepackt im Menü. Weißt du, da hätte ich doch jetzt noch mal was weggeschmissen. Mhm. Hätte, hätte Fahrtkette. Die Frage ist, ob das jetzt wieder so eine Dauer ausweichen wird, wie bei den Motorradfahrern? Bestimmt. Bestimmt erst mal. So überspringen? Ja. Ja, okay. Gegen so ein großes Monster hast du auch mit unserem kleinen Waffenbenshow. Und dann wieder? Ja. Oh, jetzt kämpfen wir doch. Ausweichen! Bestimmt in das Maul schießen, oder? Ja, denke ich auch. Aber irgendwas... irgendwas ist da jetzt nicht. Ammunition liegt ja auch rum. Wart mal, an den... an den Beinen ist auch was zum Abballern. Dieses... ist immer so eine rötliche Stelle. Ey, die sollten wieder eine Tropenwarte anstellen, die müssen ausreichen. Ja, das hört so aussehen. Ja. Jetzt, Rinder! Ja. Oh, fuck! Welcher hat er mit ihm alles wieder mitgekommen? Boah, wenn er ja nur noch nachbeischießen würde... Aufmache? Ja. Oh, oh, rein, 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 rein Ich verstehe gerade gar nichts Das jetzt Maul, maul, maul Aber jetzt sind wir jetzt halt keine Röden. Naja. Sehr gut. Ist die da doch drinnen oder was? Die Gilles? Vielleicht die alte Gilles? Macht denn die Klone oder so? Aha. Verdammt! Wo ist sie? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Accela Ghione. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here with throwing your life the way forward. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. Also... Ne... Ohne Worte jetzt mal. Ohne Worte. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt immerhin triff. Ja, also... Diese Präzision ist ja schon... Ist ja wirklich schon Wahnsinn. War dir gut, ja? Reiner Wahnsinn ist das. War die gute? War herausragend. Ich konnte grad bestehen. Ne, ne, muss ja auch. Ja, das ist ja gut. So... Da kann ich... Ich überleg grad... Ne... Heilung willst du ja wahrscheinlich nicht einmal haben, ne? Ne, ne. Hauptsache mein Inventar ist verklumpt. Um dick wieder zu schützen. Gut, dann mach ich erstmal ein Folgenpäuschen.